Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Deswegen liegt der Musiker im Krankenhaus. Gott schütze mich, mit diesen Worten kommentierte Travis Barker seine Einlieferung in die Klinik. Jetzt ist die Diagnose bekannt. Jetzt zickerte die Diagnose durch. Der Blink 182, Schlagzeuger Travis Barker, 46, liegt mit einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse im Krankenhaus. Sein Zustand soll durch eine kürzlich erfolgte Darmspiegelung ausgelöst worden sein. Dies berichten übereinstimmend US-Medien unter Berufung auf interne Quellen. Der Mann von Kourtney Kardashian, 43, liegt derzeit im Cedars-Sinai Krankenhaus in Los Angeles, seine Frau sei die ganze Zeit bei ihm, heißt es. Diese sogenannte Pankreatitis, eine seltene Komplikation nach einer Koloskopie, löst massive Oberbauchschmerzen aus und führt in aller Regel auch zu starker Übelkeit und Erbrechen. In vielen Fällen ist ein längerer Krankenhausaufenthalt unumgänglich. Eine Prognose ist laut Fachleuten schwierig, oft heilt die Entzündung in wenigen Tagen durch die Gabe von Medikamenten aus, Bei manchen Betroffenen ziehen sich die Beschwerden allerdings auch über Jahre hinweg. Seine Familie war zunächst sehr besorgt. Barker wurde unter starken Schmerzen auf einer Trage liegend am Dienstag mit einem Krankenwagen abtransportiert und zunächst in eine kleinere Klinik eingeliefert. Wenig später folgte seine Verlegung ins Cedars-Sinai, eines der bekanntesten und größten Krankenhäuser im Großraum Los Angeles. Die Insider berichten, dass alle Beteiligten und vor allem seine Familie sehr besorgt gewesen seien.